Da kommen Hände raus. Was ist da, wo das zugewachsen ist, Florin? Da wurde schon zugewachsen. Was ist da, wo das zugewachsen ist? 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 Das ist das, was zugewachsen ist. Was ist? Ich weiß nicht, ob ich das frei bin. Das ist ja ganz so ungefähr. Ja, wie sieht es aus? Wie? Oder wie? Eigentlich so ein Schwanz. Ja. Das ist fast grau. Okay. Was meinst du, das könnte jetzt sein? Hattest du auch Beine? Ja. Ja, ich glaube, du weißt schon was. Ich glaube, wir geben da eine Echse. Eine Echse, genau! Der erste Preis. Der erste Preis ist an Anna. Und sie hat eine freie Karte für die Westernstadt in Tempil gewonnen. Ich gratuliere dir. Und hier bekommt ein Ansteller vom vierten Rat. Ein Applaus für meine Kandidaten. Sehr schön. Sehr schön. Der Bär. Der angelt einen Fisch. Und ein kleines Tiger. Der kleine Tiger, der sollte doch nicht den Pilzes haben. Dann baute er ein Fluss. Wie gut. Wenn man einen Freund hat, der ein Fluss bauen kann, dann braucht man sich von nichts zu fürchten. Ja. Ja.